Musik Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Broken Age. Ich bin die Zementente, ich begrüße euch recht herzlich zu Folge 3 von Let's Play Broken Age. Ich bin ein klitzekleines bisschen stinkig, weil ich eigentlich schon bei Aufnahmenfolge von Folge 4 fertig bin. Aber Aufnahme 3 ist aus irgendeinem Grund, da hat mein Aufnahmeprogramm rumgesponnen und wollte nicht so, wie ich das wollte. Also fangen wir Aufnahme 3 nochmal an. Macht aber nichts. Ihr habt im Prinzip nichts verpasst. Wir sind bei Folge 1, haben wir uns bei Shay umgesehen, haben herausgefunden, wir sind jetzt in Folge 3 wieder bei Shay. Wir haben herausgefunden, Shay ist irgendwie gefangen in diesem Dilemma, dass er immer wieder diese Missionen spielen will. Will da irgendwie raus, hat er uns auch schon mehrfach gesagt. Und ja, wir befinden uns schon so mehr oder weniger gleich am richtigen Ort dafür. Ja, da hat der Let's Player wohl richtig clever aufgepasst, das so vorzubereiten. Und ja, wie kommen wir also aus dieser Missionsgeschichte raus? Wir müssen vielleicht mal eine dieser Missionen so richtig krass failen. Das ist im Leben auch mal wichtig, dass man ab und zu mal auf die Schnauze fällt. Was falsch macht, vielleicht nur dann kann man halt daraus lernen und was Neues machen. So, wir gehen mal ins Spiel rein. Wir befinden uns hier an dieser Stelle, wo dieser Zug hier immer wieder runterfällt. Wir können hier nicht wirklich ihm sagen, er soll loslassen. Er sagt uns, er lässt erst los, wenn die Brücke unten ist. Ja, und wir wollen vielleicht mal nicht über die Brücke fahren. Also wir wecken jetzt einfach mal den Brückenrechter auf. Und jetzt soll ich nichts mehr machen. Und er ist los und ich klicke noch mal drauf. Haha, ausgetrickst. Ich habe das System besiegt. Was warst du? Du könntest uns so schnell schützen. Ich bin sicher, dass wir uns wieder haben. Wow. Oh, das sieht gefährlich aus. Na nun? Habt ihr Spaß? Huh? Wer bist du? Wenn du ein Kind spielen möchtest, wenn du bereit bist für die realen Gefahr. Komm, siehst du mich. Aber... Sag niemandem. Du verstehst du? Okay. Aber... Niemand. Hey! Warte! Was? Wir sind scheinbar auf dem Schiff doch nicht alleine, wie sie dachten. Keine Diskussion über das, junger Mann. Du musst resten und heilen in den Bett, bis du weiter nachvollziehst. Computer, ich bin gut. Obviamente. Nein, du kannst eine verlängte Fracture haben. Das kann passieren. Nein, das kann ich nicht. Alle Missionen sind gegründet. Ich liebe dich. Ich kann das machen, was er will. Es sieht aus wie ein weirriger Schreiber. Sie sagt, es ist ein Weirriger, aber ich denke, es ist ein Art von Mindkontrollverhalten. Es ist ein Airtank, Airtank können wir bestimmt immer mal gebrauchen. Es ist ein Airtank, wir nehmen alles mit, was wir finden können. Und wenn wir uns hier schon freiwilligen können, dann gehen wir doch mal raus. Hui! Ich glaube, wir haben diese. Es ist lockt. Was ein schrecklicher Trick. Hey, was machst du aus dem Bett, Buster? Was bin ich? Ihr Präsenz? Nur, bis ich sicher bin, dass du sicher bist. Du hast keine Ahnung, wie wichtig du bist, Shea. Es ist ein Tank von kompressedem Luft. Das könnte in einer Erwärmung sein. Ja, genau. Wir haben diese. Hm. Der Airtank ist schraubend schraubend, mit diesen weinen kleinen Schrauben. Was ist das? Es sieht aus wie ein verflasbarer Raft. Es sieht aus wie ein verflasbarer Raft. Vielleicht hat dieser Airtank genug Druck, um dieses Raft zu schraubend schraubend schraubend. Wow. Es sieht aus wie ein Blut-up-Doll von mir. Schraubend. Ich werde ihn ein bisschen schraubend 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 schraubend. Und, ja, was könnte besseres sein, als uns selbst hier reinzulegen und so den Computer vielleicht auszutricksen. Hoffentlich sieht das genug aus wie ich, um den Warden zu schraubend 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 schraubend. Wo ist mein kleiner Engel? Oh, da ist er. Oh, du denkst, dass ich dich heute fast verloren habe. Schau dich, kleiner Hörer. Mann, Computer sind bescheuert. Alles klar. Das, liebe Zuschauer, kommt von einer Person, die sagt, oh, guck mal, eine mir unbekannte Pflanze. Ich sollte mein Gesicht reinhalten. Aha, okay. Wow. Wie habe ich nie diesen Teil des Schiffes gesehen? Du kamst, weil du mit Kindern-Games fertig bist. Ja. Wer bist du? Mein Name ist Marek, und was ich euch zeigen, ist kein Spiel. Während du durch den Universum, beinigst mit dem Kuchen, spiel mit Trenn, Krieg hat sich auf die Galaxie gegründet. Krieg? Between die? Between die Worte, die jede Krieg ist zwischen. Between die Powerfüge und die Wege, die Tyranten und die Innocenten. Aber wer... Es ist egal, dass es immer eine Krieg gibt. Wir haben es nicht begonnen, und wir können es nicht stoppen. Wir können es uns zu schützen, uns zu retten und zu retten. Schau mal diesen Strecke-Signal, den ich gerade bekommen habe, aus einer friedlichen Kolonien in der Talon Nebula. Die Geheimnisse, die du gesehen hast, wurden verabschieden durch die Tyranie verabschieden. Und sie werden bald verabschieden. Aber... Ja. Wir... Wir müssen sie schützen. Ja. Ja, wir machen. Ich bin froh, dass du dich so fühlst. Wir müssen uns auf dem Schiff zu erzählen. Nein. Du musst dir niemanden auf dem Schiff, was ich gerade gesagt habe. Der Schiff ist mit einer Funktion, um dich sicher zu halten. Ja. Ich habe das gesehen. Ja. Ja. Du bist richtig. Sie würde das nie verstehen. Also was können wir tun? Erstmal müssen wir zur Talon Nebula kommen. Geh dieses Starrschart in die Navigationsruhe. Ja. 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 Oh. Das ist die Starrschart für die Talon Nebula. Und, äh... Ja. Es gibt irgendeinen Krieg zwischen irgendwelchen Parteien. Und wir sind bestimmt die Guten, und wir retten mal alle, die beschützt werden müssen. Okay! Wenn Marek das sagt, dann wird's doch wohl gut sein. Computer sind bescheuert. Wir würden auf sowas nicht einfallen. Ah, der junge Master ist gekommen, um mit dem Spaceweaver zu spielen. Wo sollen wir heute gehen, Commander? Oh Mann, eine echte Mission für einmal. Das ist so lustig. Das ist wirklich ernst, Shay. Bleib fokussiert. Du kannst alles, was ich sage. Ja, bitte nicht sagen, was verbringst. Der Spaceweaver ist übrigens auf dem Schiff einer meiner Lieblingscharaktere, weil er mit so viel Elan seine Sache da macht. Hey, Spaceweaver. Lass uns irgendwo auf einen Gelegenheit gehen, um den jungen Master zu nehmen, wo er immer er will. So lange es ist sicher und frei von Konflikt. Bring mir eine Star-Karte und die Fabrik von Zeit und Space wird dir gelegt, um deine Passage zu servieren. Hey, Spaceweaver. Könntest du mich hier nehmen? Gute Idee. Fügt er das da irgendwie auf so eine Art Teppich ein. Wir gehen da mal runter, wenn er das macht. Wir sehen, wir könnten hier... Wir sehen, wie der Spaceweaver hat in der Star-Karte in einem Graf von Nix und Fröhnen. Wir können hier so ein bisschen was machen, während er da umarbeitet. Wir sehen, wie ein Talon. Der Navigationsschall wird gewogen. 5, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 5, 3, 3, 2, 1. Es sieht so aus wie ein Talon. Wir sollten jetzt in der Talon Nebula sein. Großes Arbeit, junger Cobb. Wir sind jetzt in der Location des Distress-Signals. Das ist besser, als ich dachte. Die gute Noten ist, dass ihre Kapteure sie für den Zeitpunkt nicht geflogen haben. Was kann ich tun? Hier, nimm diese Kontrollen. Das muss ich auch machen, er kann das nicht. Ihr müsst die Schilder, damit die Blume-Arme aufbauen können. Juhu! Ich habe es geschafft. Großartig, Shay. Jetzt die Blume-Arme werden sie in den Auxilier-Kargo-Holb. Ich muss nachdenken, ob es okay ist. Nein. Sie müssen in der Quarantäne für ihre eigene Schutz. Und unsere. Die Blume-Arme könnten sie töten? Du bist für einen so jungen Cobb wunderschön. Jetzt müssen wir uns schnell mehr zu retten, bevor die Kapteure zurückkommen. Use die Bewegungs-Kontrollen, um das Schiff zu positionieren. Jetzt haben wir hier in diesem Minigame so eine Art Steuerung. Das wird uns hier so wirklich Schritt für Schritt beigebracht, dieses Minigame. Klick. Warte für's. Juhu! Gute noch einen! Great. Jetzt place es nur in der Kargo-Holb und... Oh, nein. Was ist das? Hostel-Force wurden nahe beobachtet. Sie kommen in unsere Richtung. Wir müssen nachdenken. Noch nicht. Es gibt noch einen mehr zu retten. Keine Zeit. Wir müssen sofort rauskommen, oder werden wir zerstört. Nein! Du hast mir nicht gesagt, dass ich die, die lebte und sterbe. Du willst, dass du ein jungeriger bist? Du wirst zu machen. Du wirst zu machen. Keine Zeit, um zu sterben. Es gibt noch ein Signal. Das ist von... Danger System 5. Du wirst zu machen. Danger System 5. Danger System 5. Shade. Du bist der Meister von deinen Gefühlen, oder sind sie der Meister von dir? Gib mir das Star-Chart. Gib mir das Star-Chart. Das ist die Star-Chart für Danger System 5. Das ist die Star-Chart für Danger System 5. Hey, Space-Weaver. Kannst du mich hier nehmen? Es wäre sehr wichtig. Es wäre ein tolles Muster. kopf. G MAL! Chu. any? Da ist und da ist es auch nicht ausbreiten. Ich höre, es gibt nur vier Systeme, die mehr gefährlich sind. Okay, wir sollten in dem System 5 sein. Wir sind in dem System 5, nichts kann passieren, wenn wir unsere Schilder deaktivieren. Und zack, retten wir das da. Exzellend, die Beobachtung in der Cargo-Halle. Warte mal. Das hier, ich bin ein richtiger Profi-Game, ich sollte an diesen Greifhaken-Automaten in der Hand spielen. Und das hier nehmen wir auch noch mit. Gut, aber schnell, wir sind aus Zeit. Oh, 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 oh. Ah. Guck, das bewegt sich jetzt, das ist richtig schwierig hier. Oh, 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 oh. Okay, das ist genug. What do you mean, das ist genug? Ich meine... Die Krieg der Krieg sind nachher. Ich habe nichts gesehen. Ich muss das letzte Mal retten. Du wirst den ganzen Mission zu retten? Just, gib mir einen Sekunden. Okay, und... Das ist eine Waste von Zeit. Es gibt keine Neid für das. Oh nein, ich habe keine Neid für das. Ah! 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 So, schwer. Na also, geht doch. Okay, ich habe es geschafft. Aber etwas ist falsch. Cut es los. Wir müssen, bevor wir... Oha! 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 Die Krieg ist unter Atac. Was passiert? Wahrscheinlich eines der Krieg des Krieges, die ich Ihnen überlebt habe. Wir müssen diese letzte Krieg. Es ist zu früh. Der Krieg ist unter Autopilot in eine sicherheit. Und wir sind komplett aus dem Kontrollen. Ja. Wie werden wir mehr Rescuen? Wir müssen noch ein anderes Weg nach der Böhm-Arm-Kontrollen. Und ein anderes Weg nach der Böhm-Arm-Kontrollen. Und ein anderes Weg nach der Böhm-Arm-Kontrollen. Und wer weiß, ob wir können nach dem System richtig nach dem System, jetzt der Schiff ist auf höhere Anwärm-Altere. Der Schiff muss die Computer aufhörst. Der Schiff muss jetzt aufhörst. Oh, ja. Ja. Alsbald die Alarm klatscht, die erste, die wahrscheinlich machte, war es zu checken auf dich und deine... Wow. Shay! Shay! Are you hurt? Oh, mein Gott. Don't worry, sweetie. Um, was... Lass uns das Schiff haben. Aber die Mutter hat sich umgekehrt. Nichts, was dich überrascht, okay? Ah, so krass. Puh, besser zurück zu Merrick, um seinen Plan zu hören. Drei, in Klammern, der zweite Versuch. Ähm, wir sehen uns gleich wieder in Folge vier, drüben bei... Wupp, wupp, Vela. Vela, die sich gerade mit Mork Chathra anlegt und versucht, von Mork Chathra wegzukommen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir haben Merrick kennengelernt, der vertrauenswürdigste Person hier auf dem Schiff. Den vertrauenswürdigste Person, genau. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Spaß hattet, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann wieder in Folge vier von Broken Age, drüben bei Vela. Ich bin die Zementente. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao! Ciao!